Hallo, mein Name ist Cranky und wir kommen jetzt heute zur Super Smash Before Video Online. Heart of Heart hier. Ich bin One on One. Guck mal, ob das nun geht oder nicht da. Wir werden nun gespannt sein, dass es vielleicht geht hier. Ein One on One. Und gerade... Was? Okay, da ist irgendwo ein Fehler. Deswegen machen wir nur einen Smash. Guck mal, was da passiert. Passiert irgendwas? Stimmt gerade mit der... Okay, also Heart of Heart. Wir haben eine One on One gedeckt. Und nun... Machen wir hier... Hier ein Kampf. Hier zwei Minuten. Gucken wir mal... Wer da... Renaud will mit mir kämpfen. Gucken wir mal, wie es nun... wird. Gucken wir mal, wie nun die Fetten fliegen. Wie? Noch einer hu? Wie... noch einer. Ah, warum ist er wieder zu fett? Nein, zu zweit, er zu dritt. Was zur Teufel? So, aber ich werde hier. Was? Okay, ich bin nur noch 50 Sekunden und dann geht der Kampfer durch. Und nun geht er los hier, der Kampf. Drei. Zwei gegen mich. Und mal hier zählt auch den. Hier, gucken wir mal, wie es die schlagen werden. Gegen mich. Huh, huh. So, gucken wir mal. Die. Das darf doch nicht wahr sein. FASTIO. FASTIO. Fasitiert. Ja! Verdammt, Mist, da habe ich wieder getäuscht. Gerade, ich habe sie lange nicht mal gespielt, deswegen muss ich mich selber hier einliegen. Und mein einziger Thema heute hier ist eigentlich über, äh wie soll, was kommen wird, nun auf meinen Kanal kommen. Also, der Kampf ist vorbei, gucken wir mal wer gewinnt und Thundef kommt. Zelda gewinnt! Alter, vergebene Punkte 4. Okay, wer würde mich nun als nächstes herauffordern? Werde den Kampf nun verlassen und gehe nochmal hier zum 1 on 1. Ob da jemand mich nun herauffordern wird hier im Kampf gegen die Punkte. Ich habe gerade so irgendwie... 1 gegen 1. Okay. Mario. Wer ist denn Shade? Auf der Dacat States? Wirklich? Pfff. LOL. Wie ist das nun Flossen wirklich? Auf der Dacat States? Ich kann die Dacat States herauffordern. Okay. Okay. Wow. Ich hatte Dacat Studios. Was ist das? Fertan da Mist! Oh, gleich habe ich dich. Ach du heilige Marille, was zur Hölle? Ist das ein Taktiker oder was? Komm doch her, Shade. Was zur? Was zur? Hallo? Ich hatte Shade. Okay. Eins gegen eins. So, bei 3 in den Eck im Kampf. Okay, wer wird mich nun heraufwandern hier? Hoi. Oh, ich bin schon wieder Samus. Diesmal gibt es nur Rache von mir. Nein, weil ich zweimal auf Hardspiel war. Was zur? Ja, ich bin der. Nein! Verdammt, da bist! Pfft. Ih, wie hat die Saison? Ist das gar nicht so gar nicht? Ist das die ganze Zeit online oder was? Pfft. 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 Ah! Okay. Alexander? Ich werde das ganz kurz mal beenden, weil ich hab wieder was vergessen. Was zu machen? Okay. Solo. Und dann gehe ich ganz kurz mal überwenden meinen Namen hier. Quasi-Smith. Oder... Send-A-Y. Wird ja eine Art auf Hard Battle machen. So. Mal auf Smash. Mal wer da... Wer bereit ist, gegen mich zu kämpfen. Wer werden wir... Mal gucken, ob jemand gegen mich kämpfen will. Oder ob da irgendwie ein... Ohne Verwendung ist. Problem ist. Ah! Jemand möchte gegen mich kämpfen. Okay. Okay. Da ist Jones. Ein... Alitos... Loser. Okay. Okay. Also. Und dann der Kampf. Beginnen. So. Bitte bereit. Bowser. Bei jemanden die Internetverwendung ist das recht. Okay. Ich muss gar nicht mehr bringen, weil da irgendwas mit der Internetverwendung ist. Denn deswegen... Ich glaube ich kann wieder noch machen. Nochmal ein... 1 gegen 1. Gucken wir mal wer mich... Hm. Ähm. Okay. Das heißt. Da war halt mit den ersten Hard auf Hard. Hier halt also... Also hier. Also. Da war halt mit den... Hard auf Hard. Mit Mario. Also. Weil ihr habt es einmal getrennt und... Ja. Wegen. Wafür. Gucken wir mal was da für meinstein noch. Da beißen wir mir irgendeine Sachen in die nächsten Parts. Die wurden dann irgendwann mal kommen. Mh. Mh. Ja. Ein paar können wir vielleicht schaffen. Mh. Mh. Okay. Aber er heißt. Wir sehen uns dann in der Linken von... Super Mario for View. Oder auch online. Wir sehen uns dann in der Folge von... Super Mario for View online. Heuerfahrt. Also. Bis dann. Und ciao. Euer Crissy Schmied.